Hasta la! Von Reismuchachos! Peace! Und ne Nüsse kraulen! Herzlich Willkommen zurück! Oh mega nice, dass wir am Start sein! Zu ner weiten Runde! Rainbow Sixie! Dranked unterwegs heute auf der soeite Mappe Grenze! Zusammen mit Knickknackbosser! Hallöchen! Oh mein Gott! 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 Was geht ab, meine Freunde? Tamagotchi! Was geht ab, meine Freunde? Endlich mal wieder Grenze, ne? Das kommt mir vor, als wäre das schon Jahre her gewesen, dass wir hier mal gezockt haben! Ich hab Grenze gestern erst gezockt, eure Links halt im Livestream mit Zuschauern zusammen. Apropos Livestream! Übergang für dich jetzt! Genau und Startschluss! Apropos Livestream! Ich bin gerade 5-6 Tage die Woche, wirklich fast jeden Tag am Livestream auf Twitch. Link findet ihr in der Beschreibung, würde mich freuen, wenn ihr rumkommt. Außerdem findet ihr auch noch den Link zu Instant Gaming, unserem Key-Selling-Partner. Da könnt ihr günstig Games kaufen, sowohl für PC als auch für Xbox, Playstation und sogar Nintendo Switch. Gleichzeitig Geld sparen dabei und uns supporten. Danke jetzt schon mal raus an jeden, der uns da supportet! Ups! Okay! Moimooi Mutachos Bonn, Leistel und der beginnt! Aber kurz, da ist kurz der kleine Chinesen mit durchgekommen. Ja, untenrum bist du nur Chinesen, pass auf! Aaaah, ich wusste es, ich wusste es! Nein, untenrum bin ich afrikanisch. Ich bin der Namensgeber für den Jamaika-Hammer. Ah! Der hätte wieder ein Spruch von dir kommen können. Du bist der Namensgeber, ich bin der Formgeber oder sowas. Aber ist egal, ist egal. Ja, Marvin ist halt nicht so einfallsreichend. Da muss man auch mal Abschlüsse machen können. Da muss man auch mal Abschlüsse machen können. So wie Marvin bei seinem positiven Syphilis-Test. Ohhhh! 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 Wird ja mal besser hier. Hahaha! Da können die schlechten Sprüche wieder da halt. Hier war irgendwo eine Droner. Hello Mr. Droner, hello! Wo sind die Pimmels? Oh, hier seh ich schon nen Red Dot. Maverick und Easters. Da haben wir schon mal was. Oh mein Gott! Die war jetzt Triggered. Unten war was. Ah, du bist da? Es war auf jeden Fall Ash, der hat da nämlich ne Ladung reingebrettert. Ohhhh! Ich bin fast tot! Dock, Dock, please hear me. Kannst du gucken, dass du irgendwie in seine Schussbahn kommen kannst? Nee! Alter! Digga, was geht hier ab? Gut! Firmheit ist davor! Maverick ist davor, pass auf! Ich bin erstaunt, was für nen hektigen Skill wir an den Tag legen. Digga, das Timing! Aber auch mein Aim, Alter, die hätte ich so easy haben müssen. Ich schieße sie auf ihren Bauch oder sowas, ey. Ohhhh! Ungünstig, ja. Bei mir auch. Unten wurde einfach alles zerflext, da kann ich auch nichts mehr machen. Jo! Ist das der letzte? Ja! Hey, das lief doch so gut! Nein! Das lief kein bisschen gut! Das ist alles gefallen! Ich dachte, bis ich gestorben bin, ging's eigentlich! Nein! Das ist alles gefallen, schon davor! Ohhhh! 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 Also, Ash konnte da aufbreachen, danach konnten da noch andere Sachen durchgeschossen werden. Ich bin da fast gestorben. Dann kam noch ne Granate durch, also ich wurde richtig auseinander genommen. Das lief nicht wie geplant, da wollen wir eiskalt wieder am Reblockers gehen. Ja, ich nehm diesmal aber nicht Mira, ich werd nicht an der Stelle hocken. Und werde... Das heißt, wir bräuchten irgendwas um da abzusafen, nämlich diesmal Lesion. Das geht besser! Ja, 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 ja. Ich hatte gerade ein Dilemma. Wäre ich nach hinten gegangen, hätte mich die Granate umgebracht. Wäre ich nach vorne gegangen, hätte mich die Thermal Charge umgebracht. Also... Ah! Hätte ich nach vorne gehen müssen und den Thermal killen müssen. Ja. Das wäre der einzige richtige Weg gewesen. Dann sollen die direkt in den Thermal Charge reinlaufen. Ah, hier ist jetzt ne Bandit Scheiße. Ach, come on ey. Ähm. Brauche ich einfach da hin und noch einen irgendwie hier hin oder so. Das Ding weg. Oh, der Dock bittscht da raus. Finde ich sehr interessant. Ja. Doch, du warst tot. Glänzt. Ich hab hier verloren. Oh, er hat einen. Er hat zwei. Zwei. Probe schon was Hier ist der erstes was Der ist auch tot Da haben wir noch einen Last one on ping Ist der schon in CC oder draußen? Das weiß ich nicht Das ist draußen Letztes Mal Rauschen Outside in front of CC Also das war jetzt mal Ne geschenkte Runde Also ich würde mal sagen Das war das komplette Gegenteil Von der ersten Runde Digga Aber auch geil Weißt du Dieser Deadly27 Schreibt auch in Chat Easy clap alter Hat er geschrieben? Hört direkt am Anfang Vom Doc weggeholt Richtig in sein Gesicht Weißt du wie er gebitcht hat So wie ich immer Auf Oregon rausbitche Einfach so die Tür unten Ein bisschen aufschlagen Und dann auch noch so Weggekleppt Okay jetzt Ventilation Workshop Ich weiß nicht alter Eigentlich ist da Castle Keine schlechte Idee Aber ich glaube ich nehme Frost Ich glaube nicht Dass das eine gute Entscheidung war Aber We will We will do Was machen wir denn mal zu Den Bruder können wir zumachen Hm Ja hier auch nochmal Frostmatter geht runter Und dann gehe ich mal nach oben Wahrscheinlich sind andere auch noch oben Dann werde ich schön rausbeachen Oh der Doc bereitet sich auch wieder vor Diesmal aber auf der Ostseite Der kleine Der kleine Lude Mache ich hier mal Da fehlt noch eine Reforcement Bleib ich jetzt Onspot oder was Lecken sie meinen dickel Eier Dicke Eier Hallo Wie ich wusste dass das Halle noch kommt Dicke Eier Hallo It was at this moment that he knew He fucked up Ja They are already outside Workshop One injured Froststrap Alibi Froststrap Ja on the left Ja over there Ja Ja Good job Okay Sledge is down Ja Sledge is so easy Durch Visa reingerushed There is another one Im main lobby Main lobby in front of Visa Oh beide sind bei mir glaube ich Egal Ja Der is last one Monty In Sledge Nice Ey ich hab nur gehört den Call Dass die oben angreifen Und wollte gerade rausgehen Über Easter erst nach oben rotieren Und ich geh gerade aus dem Raum raus Bin wirklich einen Schritt Vorm Raum Sofort vom Sledge tot geballert Der direkt vor mir stand alter Aber wir haben es trotzdem geholt 2-1 Ja Und so langsam wird es für den Deadly 27 Mit seinem Clap ein bisschen schwierig Wir haben einen Bug Aber du hast ja keine Granaten mehr Versuchst du von unten aufzumachen Die Kacke Na Logo Na Logo Sehr schön Okay wo stelle ich meine Drohne hin Wahrscheinlich am besten in Sissy Dann fahre ich mal Easter erst hoch Hey Baby Wir fahren sogar außen rum Auf safe is safe Bleibt safe Ganz genau Da ist jemand in Sissy Ich glaube da ist Frost oder so in Sissy Schade Jetzt ist er rüber Ja Sissy ist clear Oh Ash ist schon down Marvin Ja ich weiß Deswegen muss ich das ja jetzt regeln Der Bennett ist hier Oh fuck Fuck Hier unten ist der Bennett irgendwo am rumlaufen Jäger war auf Easters Okay du hast noch nichts weggemacht ne Wow Hier ist auf jeden Fall richtig Action Okay steht wieder alles da Steht wieder alles? Am Bennett scheiß Okay warte Ich hab den Sock erwischt Wow Ach leben noch? Boah ich bin fast tot Twitch cover me please Du lebst nur auch knapp ne? Ja 45 Sekunden noch Oh mein Gott Ich hab leider keine Claymore mehr Wir sind am Arsch hier Ich hab den Bandit über verletzt geschossen Ich komm nicht hin Ich kann nichts machen Ach leben Smoke Hier ist Maverick Maverick Cam Alles alter Aber es war nur einer dann da Oder zwei Höchstens Den Bandit hab ich platt gemacht Und bei mir war noch nur Smoke Also Maverick war bei mir Und Jäger war bei mir Maverick? Äh Maestro Ah okay Ja dann hatten wir 2-2 Oh wollen wir Fast Plant? Oh Fast Plant geht aber nicht mehr so wirklich Komm machen wir Ich nehm den Gridlock auf jeden Fall mit Schau mal ob der Fast Plant durchgeht diesmal Ja da sind sie schon mal Jäger schon mal da Aber das ist ja super uninteressant Äh fängt jeder Jäger meine Gridlock Dinger ab? Oh das weiß ich gar nicht Sieht gerade echt free aus Okay ich scheppern wir oder was? Ja aber ich hab eben keine Ash ne? Ja Ich schieß auf Du machst Rauchpfeil Ja okay los Bin da bin da Ja Nein oben Fuck Oben genau in der Ecke wo ich stand Ja und Benji ist auch da Die planten die planten Support 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 Er hat geplantet? Ja Ja Wow es wird gerade draußen Nice Geht einfach durch Smoke Smoke Hast du das weg? Der ist da Der ist auch tot Ja Moment No Oh First Plant Dinger Good job guys Boah Alter Schwede Ich hab nicht auf die Decke gastet Mein Fehler Sonst wäre das wahrscheinlich schon vorher gegangen Oh Oh Well played Aber es war richtig knapp Das eine das durchgezogen hat war sehr sehr wichtig Ihr wart ja am Arsch der Welt da alter Ja ich hab unserem Mann geholfen Unserem verletzten Der hat auch den Typen gekillt Der auf mich runter springen wollte von oben Also war auch gar nicht so unwichtig Das Ding ist halt jetzt Wir müssen das Ding jetzt gewinnen Alter Ja aber nicht nochmal fast planned Das wird nichts Lieber ein geordneter Angriff I think they will go workshop again But this time no fast planned Ja ich werde custom inspections reingehen Hier durch Durch den Bruder Auch wir haben kein Heartbreacher dabei Na man hätte gut von Visa von hinten In den Workshop reinbreachen können Das auch ja Ja sind sie da überhaupt Mit der letzte Ja ist auf jeden Fall Workshop Na meine Drohne ist weg Ich wollte nur kurz markieren Okay Da haben sie den Jager Ich glaube nämlich es könnte sein Dass die in Showers eine Wand nicht reinforced haben Dann könnte ich mich da mit meiner Pumpgun durchschießen Und da planten Schauen wir mal kurz Okay they reinforced everything Okay wir können nicht durchbreachen They are upstairs Oh zum Glück Oh man könnte sogar Man könnte sogar platen jetzt beim Bug Oh no Benji ist down Echt? Kann ich den noch retten irgendwie? Oh Jesus Okay er ist wieder da Oh wenn ich es nur schaffen könnte Rein zu gehen und zu planten alter Wo? Fuck Oben Jetzt habe ich Angst dass die Erla da rausspringt Ja Die sind halt im Workshop oben Ich könnte jetzt eigentlich Reingehen und planten Aber ich bekomme vom Workshop Gerade die Laufelkresse von oben Die haben hier die Decke aufgeschossen Soll ich nach oben gehen? Warte ich habe noch eine Drohne Ich war nach oben Komm mit der Drohne nach oben Ja Ja da haben wir einen I'm planting guys Marvin ich beplente Oh okay Nein Nein die kommen von draußen Bleib in Deckung Bleib in Deckung Ich habe noch eine Drohne da Nein Ja der Call Ja der Call war zu spät Ich habe gerade gewechselt auf Pistole Und ich dachte wir geben mir den Call Ich dachte aber es wäre nur noch einer Ich dachte es wäre nur noch Ela am Leben Es waren auch Ela und Jäger Sonst hätte ich nicht auf die Mainwaffe gewechselt Ah Fuck Jetzt geht es in die Verlängerung Das ist so unnötig Ja waren zu viele kaputte Runden auch dabei leider Ich sage es dir die erste Runde war es Alter hätten wir die gemacht Und nicht so hart auf die Schnauze bekommen Fuck Kann ich nie wieder leaschen Hätte man easy schaffen können eigentlich Beim Jäger habe ich gerade noch veraimt Ich weiß nicht was ich nehmen soll Eine Mute Dabei saß am Anfang Die fangen echt doch in Ordnung aus Ja Ich habe meine wichtigen Kills eigentlich geholt Gerade den Vigil Aber ja Das Zusammenspiel hat dann nicht mehr super funktioniert leider Ah Ich habe es jetzt gerade noch geschafft Du hast den Typen oben markiert Da war er kurz abgelenkt Dann habe ich von unten Durchs Loch seine Beine bisschen weggebrezelt Dann ist er abgehauen Dann konnte ich eiskalt reingehen und planten Das war mega nice Aber leider Hat es danach nicht mehr funktioniert Scheiße Benji ist auf Easters Er piekt da raus oder was Wenn wir jetzt kein Ball A, dann bleib ich mal lieber hier. Ich versuche da hinzugehen, wobei ist das wichtig? Oh fuck, jetzt pushen sie da hart durch, aber noch ist nicht wichtig, ah die breachen jetzt, oh ist aufgegangen. Ich glaube hier ist es keiner mehr. Hä, schaffe ich? Nein! In CC, pass auf, pass auf. CC, CC, CC. Oh, oh, er läuft nochmal da lang, oh jubel. Nein, SMG! Digga, und Ben ist auch fast tot. Ja, eins gegen eins. Richtung CC sagen wir Bescheid. Perfekt. Okay, hört sich noch Office an. Nein! Schade. Ey, dabei, ich weiß nicht, es läuft eigentlich immer, ah, ich weiß nicht. Es läuft aber scheiße, es läuft richtig scheiße bei mir. Eigentlich, eigentlich geht's, aber es ist, es fehlt so ein Quäntchen, ey. Ich mach jetzt mal Oldschool einfach. Thermite. Damit kann ich nichts Falsches machen. Ja, wer hat noch, da nehme ich Maverick mit, damit wir breachen können. Oder lieber mit Granaten, was mit Rauch meine ich. Ne, 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 ne. Das Ding wird jetzt schwierig, Alter. Ich glaube, die haben schon gewonnen, glaube ich, auch, ne? Hier oben. Ich glaube schon. Wir sind auf jeden Fall hier. Smoke und Jaeger. Bisher noch kein, der da defenden kann. I like. Ah, Doc und Ela waren gerade im CC. Doc und Ela? Ja, leider hat er mit meiner Drohne markiert und dann hat mich der Doc erwischt. Vielleicht können wir die Scheiße komplett aufmachen. Scheint aber auch, ich immer... Aber es waren aber auch schon echt geile Runden dabei, Alter. Das sind knappe Kiste hier, ey. Ich will eigentlich wieder verschwinden. Boah, die schießen immer noch auf mich. Ah, da ist der Doc am Start. Oh nein, oh ja, oh ja, oh no. Alter, Alter. Ich weiß nicht, wie wir den Doc hier rausgehen, weil es jetzt schon drei gegen... Da müssen wir. Ich werde von hinten rausgebitscht auf E-stairs. Ich wollte gerade den Doc pushen. Oh, schade, Alter. Ja, damit war es das. Von wo? Wurdest du rausgebitscht? Der ist der Jäger. Ich wollte gerade den Doc wegpushen. Nice, das war der Jäger, der mich geholt hat. Hinter dir. Die Rückenmassage, Digger. Digger, alles falsch gemacht. Ich hätte gern das Ding gewonnen und dem Deadly Shizzle da gesagt, hier, Ed's Clap von wegen. Aber ein Ed's Clap war es trotzdem nicht für die. Die letzte Runde war jetzt echt Katastrophe, aber auch direkt zwei Leute am Anfang tot. Ich wollte den Doc gerade pushen, war von hinten rausgebitscht auf E-stairs. Es war... Lief nicht so gut. Aber trotzdem waren schöne Runden dabei. Jetzt gibt es auch mal wieder einen Loose für euch zu sehen. Sechs Kills haben wir alle vier gemacht. Trotzdem schönes Gale. Ein paar Runden waren halt nicht so nice mit Charges. Wenn es euch gefallen hat, scheppert den Daumen nach oben in die Kommentare. Hashtag beim nächsten Mal. Checkt die Beschreibung aus. Reingehauen. Bye-bye. Auf Wiedersehen.